Das Spiel ist so hässlich ey! Wär's hässlich? Ah, der Typ der das hier erstellt hat. Schnuchelt, keine Ahnung. Ich bin nur hier mit so Wallrides und so bin ich eh nicht so der Beste drin. Also dass ich letzter werd bei so'n Späßen hier, das ist mir eh klar. Aber ich mach das halt einfach nur zur Liebe zu Dave, weil der halt immer fragt ob ich mitfahre. Jetzt bin ich wieder schuld. Und Jaya ist immer schuld, dass ich verliere, das ist normal. Ja, geil! Ja man, auf und da ein Ziel. Es gibt geile Wallrides, aber der gehört definitiv nicht dazu. So, jetzt muss noch einer wenden. Ich muss kloppen mal auf deine Minecraft-Welt kommen in TNT-Land. Auf meine? Nee, der hinter dir. Das ist ja keiner, ne? Das hättest doch ihr, Alter. Alles bestens. Hi Angie, na, wie geht's dir alles klar bei dir? Kriegst du schon bei Zukunft einen Anfälle? Ja, ich auch. Also ich musste fahren, Alter, weißt du wie es mir geht. Am liebsten würde ich ja grad schon rumschreien so, aber das kann ich ja nicht machen. Weil hier sind ja, ich glaub drei Leute am streamen grad. Schrei rum Henne! Das muss unbedingt sein. Lass raus! Wir brauchen einen, wir brauchen einen da rumschreien. Genau, Spargel ist heute nicht da. Der schreit sonst immer rum, der kümmert sich darum. Das brauchen wir eigentlich als Satz. Also Henne, lass raus! Das könnte auch beleidigend werden. Also nicht gegen euch oder so, aber halt gegen die Karte und so. Das möchte ich eigentlich machen. Du böse Karte! Ich hab dickes... Ich hab ein ganz dickes Fell. Ich benutze einfach... Piep! Genau. Ja ja, halt! Und nicht uns, sondern fahr! Leck mich! Ich bin zu böse. Alina Schnubbel, danke für dein Follow. Alter, bei mir ist so ne schlechte Schmaldi. Wie? Was meinst du mit schlechter Quali? Wie ein Typ? Glaube ich nicht. Ich sag halt bei mir... Ob es einfach so ist, kann ich dir nicht sagen. Der hat eben auch mal reingeguckt. Der war da auch nicht so prickelnd. Machst du nicht mehr? Also, ich hab gute Quali bei mir. Ich hab mir selbst immer mitlaufen. Okay. Oh, leck. Alles läuft, lebt. Na klar, der Herr. Alles bestens halt. Ich hab's nicht verdient. Danke, danke, Jera. Oh, ich rast sie gleich aus. Komm an ihr Huthi! Ich hab's gestern schon nicht wirklich geschafft. Aber heute schaffst du's. Du schaffst es. Da musst du schon immer ein bisschen höher lenken, eben an der Stelle. Kurz vor der Häuserwand. Ja, das Problem ist, wenn ich sobald ihr an die weißen Häuser rankommt, rutscht da bei mir total runter. Ja, da musst du einfach nur davor schon ein Stück hoch lenken, damit du richtig reinfliegst. Ja, wenn ich da... Ja, schwer einfach zu sagen, wenn man's geschafft hat, aber... Ich weiß. Aber wenn man davor hoch lenkt... Ja, nicht zu hoch. So hoch natürlich auch nicht. Du musst da ganz knapp... Jetztbald ihr nicht75 aus ihr ist... Nein! Nein! Ja, fahr, 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 fahr! Ich will oben rauf. Och... Nimm mich Schnuffel! Wollen wir schlafen die Schnuffel! Hey du! Wie war dein Tag, Schnuffel? Noch! Schluffel! Ha! Machen Sie sich! Oh! Ich rast sie gleich aus. Kann du mir nicht irgendeiner von euch noch beenden? Nein mein Gott! Ja, dann mach keine! Dann mach! ich bin immer nur in der ersten runde hatte ich war nämlich immer auf den roten containern drauf bis gerade eben und das nach 16 minuten bald gefragt hast du einen tipp gegen völle gefühl auf toilette gehen ja ja ich habe immer so hochgelenkt da wurde ich genau in die roten container die da abgrenzen wenn die wirklich reingeschleudert und dann ist genau auf die richtige bahn gebracht das waren schon mehr als vier ja ich glaube ich habe ja ich glaube ich habe nicht den kontrol nein so knapp muss schon den container da mitnehmen der noch ist ich habe jetzt gedacht den kann ich einfach stehen lassen leider nicht der hat schon sein zurück wie durch im ziel oder eine runde das noch kann um zu dauern ein baut ist doch alle wenn alle fahrer sich einig sind das rennen zu beenden das finde ich auch schade naja du hast ja wirklich damit gerechnet dass man solche rennen bauten ja 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 jetzt aber schon zu langsam hat sich ja und genau im knick dann gelenkt da höchstens wenn sie wenn sie jetzt den editor umbauen gleich was dann trennen dass sie das dann kommt das oder was aber dann einfach so ein notfallknopf ja die haben schon mal so ein option im social club dass du nach stand rennen sortieren kannst da findest du zwar im moment noch nichts das könnte in die darauf sein dass entweder für im editor den extra für freigeben für solche rennen oder dass die halt welche verifizieren ich denke mal eher fürs verifizieren was mir aber letztens noch gedacht habe es könnte doch irgendwie auch sein dass es so flugzeugs dann sind oder so theoretisch ich denke nicht dass es so eine karte da steht ja direkt dann trennen und da ist ein auto mit drauf als im moment drauf ich glaube schon ich gucke noch mal gleich nach das ist ja bei der autosortierung also kann es ja kein flugzeug rennen sind das renntyp sortierung wo luft rennen seeren und dann gibt es das dann genau die karte ist einfach brutal hässlich mein gott du es gibt hier noch weitaus schlimmere sowie zum beispiel zwölf mal denselben war right fahren oder sechs mal in einer runde jetzt mal so schön bleibe ich jetzt stehen nein du musst das schaffen einer von euch muss es noch schaffen das schaffen wir niemals ich glaube ich chinesisch zu wenn ich hier stehen bleibt dann bin ich fünfter das ist doch perfekt jetzt bin ich letzter die blätter aber nicht stehen woher willst das wissen vielleicht wäre ich da stehengeblieben hättest du es jetzt nicht gesagt ich stecke auf und mache mir nichts wie das naja du kannst es schaffen du bist schon nah dran du weißt schon wie es geht ich glaube dies er und du hast sie eher aufgegessen als wir hier durch sind richtig könntest du glaube ich selbst mit pizza komplett selber machen ein kopf zusammenwischen erweiterte filter so spielen was ich nicht immer gefahren werden können das ist eigentlich doch wollte ich sagen dass die bald aus schlimmere das dann trennen hatten hatten symbol mit einer rampe natürlich mit dem flugzeug ist meine rampe war ein flugzeug hat die das noch hat die das noch nie hinbekommen ich habe noch nicht gemacht also ich bin total noch der mensch beim gelandet aber das noch nicht worauf bist du gelandet es ist bank weiß was das ist ja w gaming 133 grüß dich ps4 jo luca wieder in gta frisch am stand renn fahren 21 minuten läuft die map schon bei uns fängt hier unten jetzt das pilotprogramm von burger king an das burger king liefert ab einem gewissen geldbetrag ab 500 euro so hoch nicht jetzt bin ich da einmal durchgekommen und jetzt verpackt ist an der nächsten ich rast aus die karte ist so hässlich wenn ihr nicht mehr wollt einer muss nur verlassen und dann läuft die zeit aber dann kann ich den wieder einladen danach ich verlasse mich ich habe sechs punkte vergisst es aber die gebe ich nicht auf alles klar na denn verweiter kann auch einfach hoffen dass fuchs mal irgendwann schafft aber der sagen genau in der gleichen runde wie ich ja wir sind alle noch in der gleichen runde ja alle jetzt noch fahren das ist es ja du schaffst es einmal rum und weißt du musst es noch einmal machen und will ich das gar nicht schaffen und hoffe auf euch und darum ist die motivation jetzt schon so im arsch ach ist doch reihe juster wenn du möchtest kannst du mitspielen nicht wir laden danach noch mal ein was du als greifchen ist also das ist eine merkwürdige fantasie ja ja mal dann müssen alter verbrecher mann was los mit dir wie geht es dir warum nicht alle irgendwie recht viel mann machen ich kann immer anmachen mal gucken ob hände zu gut ich gucke bei mir selbst das rennen wird mehr als zwei folgen auf jeden fall in anspruch nehmen auf youtube eine folge allein schon dieses rennen warum habe ich zwei runden eingestellt ich hab's ja vorher gesagt aber nein ich dachte du schaffst das die gute idee nein ich hab auf dich vertraute dich mal bist du auch schon ein erfahrener wallride fahre du willst nicht wissen was ich von diesem rennen halte ein wallrider das ist weiß ich nicht ein wallride aber das renn hier ist wirklich mit abstand der größte rotz den ich bis jetzt hier gefahren bin wollen wir danach mal hypnotize spielen mit henne was für ein ding nice mr nice guys hypnotize wallride klar da bin ich dabei oder den oder irgendeinen von zane one egal welchen von zane one da wirst du überall kotzen spargel geht wieder oder warum fragst du ob du auch mitspielen darfst wie gesagt dir zuliebe dave reg ich mich auch auf ich habe dich auch wieder graue haare von aber ist mir egal ich habe dich irgendwie voll und danke trolle wegen mir spielst du das wegen mir regst du dich auf finde ich gut und wegen jaya verliere ich immer perfektes timing ich habe mir das spiel nie kaufen dürfen echt ich habe mir das spiel nie kaufen dürfen ich verkaufe gta für 10 euro wer wird es haben ich glaube da findest genug heute die es haben wird ich habe mir geht es auch gut alles bestens ich habe mich nie fuffi war fast durch ich habe mir das spiel für freitag vorbereiten ach schnuffel alter guck mal wir haben doch gerade mal hier erst was heute dienstag oder mittwoch dienstag heute ist erst mittwoch ich habe noch morgens vorbereiten aua aua das hat weh in den ohren ja ja gucke perfekt wir sind wir uns einig manche gesagt komm ich nie wieder noch mal zurück leck mir doch die füße langsam ne danke das denke ich mir auch die ganze zeit alter leck mich doch sonst wo ey das ist ja brutal hier die zwei hinten kann jetzt irgendjemand von euch mal rausgehen kofi hat noch keine punkte doch ich hab 8 laber ja gescheatet ich gehe erst recht nicht raus ich habe ein rennen gewonnen also ich gehe auch nicht raus ich habe 8 punkte du hast am wenigsten von uns ne der andere hat am wenigsten hier dann müsst ihr alle zu Ende vorm und reimer auswählen dann warten wir halt bis es eine oder zweimal geschafft hat genau Alina ja aber Alina auf was streamst du auch auf der PS4 oder auf meinem Telefon ist das auf Clans oder was ich habe kein bock mehr ey das renn kotzt mich so an dann geh doch raus ne ich lab gleich wieder ein ja ich tue mir hingefallen nicht dass ich rausgehe dann heißt doch ja guck mal du hast es erst gar nicht probiert ja ja am Arsch guck an hier alter da flipp ich aus ey das renn scheiße und ich jubel dir dann zu dass du uns ein wenigstest du wolltest grad schreiben auf deinem Handy tja guck alter wir waren schneller selbstmord ja Angie das rennen hier ist der größte Watz ist voll geil Angie muss dich hier drin noch mehr aufregen ohne Witz ach was ich glaube hier müssen wir wirklich ein schlechtes rennen sein oder ein schlimmes rennen dann wird er das rennen hier lieben echt oh ja Dave noch ja ja ich bin dabei am ende des streams nach der spielliste schaffen die die ja ne ich kann ja das mit den grünen machen da können es wenigstens immer ein paar schaffen ach hier den den kleineren oh ich bin ein U-Parts geschafft ich bin ein U-Parts die erste runde überstanden oh sauber glückwunsch danke danke jetzt nur noch die zweite jetzt nur noch die zweite jetzt nur noch die zweite eine halbe stunde ja das mach ich Steffi der Mojo schlägt schon fast ein Tom Tom nein ich krieg eine Geschwindigkeit ich verliere voll die Geschwindigkeit oh Dreck auf der PS4 oder PC nice los IOT du schaffst das auch ey dann anstatt das rennen hier durchzuspielen würde ich einmal lieber Call of Duty mit irgendwelchen Kindern spielen also ja würde ich auch jetzt viel lieber ohne Witz mit so einem Haufen kleiner Amis weißt du die so gerade mal 12 und 13 sind ja schnuffel alles klar bis gleich komm schon ja wie gesagt Battlefield können wir auch auf jeden Fall mal zusammen zocken ich fahr dir dann mal so ah der kann stehen bleiben hey moin tschüss oh man ey nein ich guck mal beim Noob ob er jetzt die zweite Runde gleich first try schafft ja bestimmt nicht Hoffnung los Noob du machst das gib Gas du bist jetzt die Hoffnung du hast eine Runde überstanden ich schwö ich fahr gleich zum Schuhkasten wie hieß der Peter irgendwas mit Peter Pan irgendwas mit Peter Pan oder was weiß ich was für ein Peter Pan irgendwie Peter Pan oder so war das erstellt glaube ich in Kellerman Ptei Pan Mofo oder so I play on Playstation 4 ok Roberto Alvarez 13 13 der Explosion bin ich grad aber ist ok Peter Pan Mofo heißt der Typ der das erstellt hat so genau wollte ich das nicht nicht du wolltest es wie er heißt also jetzt wisst ihr es fertig aus ich wollte es nicht wissen jetzt könnt ihr den suchen adden Kopfgeld aussetzen sollen da schicken töten töten alter töten ich würde ich würde eher Eratog eine PS4 kaufen ja richtig Eratog auf ihn hetzen Sache hat sich erledigt Hi Herbmutter wir sind hier noch ein bisschen bei weil guck mal ich bin jetzt alleine schon bei dem Rennen hier 30 Minuten und das wird noch auf jeden Fall ein bisschen dauern also heute denke ich eher nicht eher morgen wenn dann machs doch mal gescheit nix kann ich nicht GTA Spots guck's dir an Dreck spielen was ich mach Carlo oder ich spiel hier GTA das ist ein Rennen stell dir das mal vor wenn er so ein scheiß Jahr stellt oh ich hab kein Bock hat er es geschafft hat er es geschafft hat er es geschafft nein Andu komm ich dir falsch hoch komm ich dir falsch hoch komm ich dir falsch hoch komm komm ich englisch mit Kärzen ich war nicht auch gerade heute ist Mittwoch 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 ich weiß nicht was haben wir auf heute das kommt also doch Alter hier steht ein ich guck mal wie wenn mein Tazel download ist die Bestzeit für das Rennen ist eine Minute 13 Weltrekord eine Minute 13 7 4 0 ja ja willst du uns nicht jetzt irgendwie noch noch weiter runter ziehen genau ich hab mir da morgen haben wir einen Date auuuu Alter was ist das whatf dünneres Auto wie soll ich ein dünneres Auto nehmen du das witzig dünnes Auto sehr geil Beste Tipp ever oh Nub schaffts 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 In diesem Spiel ohne Witz es tut mir einfach nur mega leid nub schaffts nub schaffts eigentlich bin ich ja Nub s Nub s parting zeit läuft ab was denn also sich jetzt jemand gemerkt wer erster geworden ist ich bin dritter und der noob hat es als vierter geschafft ich werde fünfter sechster nein stevieh das sind nicht nur rennen wir haben auch noch ein ltser zwischen oder mehrere oder ein deathmatch was ich finde jetzt ein bestmatch gegen kinko schon mal ja anna was zockst du so alles auf der ps schieß doch mal los so ein bisschen hallo kitties regenbogen abenteuer pink fluff unicorn little big planet 3 gefällt mir gefällt mir gefällt mir ich hätte das bild auf facebook negativ bewertet king und ja liefern sich ein battle da vorne ich lade ihn noch mal ein zwei runden ja das dürfte nicht so schwer sein hat irgendjemand stiffler in der freund ist es damit die mitspielen dann müsste der den laden der hat mich gelöscht alles klar der idioti nein ich habe ihn eingeladen schnutzel aber wir klauen jedoch nicht deine deine sprüche du klaus unsere sprüche denn dann da wir glaube ich wer bist du denn verlängere ich noch mal so kaffee vertrage ich nicht mehr mein blutdruck und mein polsen schon so hoch da kommt kaffee nicht so gut wer bist du denn der ist auch schon öfter mal beigetreten rufen plähen ist der kleine auch bei 429 war das schon so hoch der problem reicht trittsdiff auch schon bei weil ich bin jetzt zweimal eingeladen der kriegt das bestimmt nicht weil das verzögert ist jetzt 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 ich lese mal bei deren klaren tag wild cats elite team so geht los wieso mein gruß ente die only nicht dass du dich wieder wohnst wenn das nicht schaffst damit muss ich leben rollercoaster voll vielen dank fürs warten ladies ich bin so langsam bis dass es halt komplett abläuft von der unstaffung ich musste aufs klo zum lico ich kann nur einmal ich kann nur einmal verlängern in der spielliste ne ich kann da nicht geschlossen machen ich bin voll der außenseite ne doch nicht das hat ja jetzt wieder gar keinen sinn bis wenn man nicht alles können wir nicht alle mit den gleichen autos fahren dass wir alle die gleiche chance haben und nicht ihr mit euren hochgezüchterten boliden kannst du dir mal einen hochgezüchteten boliden holen sollen wir alle verzichten na dann spielen wir mehr gta und verdienen geld ist das ist doch nicht so schwer ich habe ja niemand der mich da bricht zieht ja dann musst du mal gucken das sind doch so einfach das sieht lustig ich bin sechster durch die aktion geworden aber ich bin viel zu hoch oder da ruhig zu kleinen starten aber ich kriege den kontrollpunkt nicht doch ich habe ihn ja ja komm 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 ich fliege einfach an der seite dran vorbei ja ich auch aber kontrollpunkt habe ich gekriegt aber kontrollpunkt also what the hell 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 müssen wir mal schauen alter ist das geil alter ist das geil ich hab den punkt nicht bekommen ja mann du kannst mich auf jeden fall schicken wir eine fa dann zocken wir nachher noch zusammen dings heißt mission wenn du noch online bist genau und dann kannst du mal bisschen geld verdienen und mit dave mach ich es morgen tagsüber weil dave ist morgen auf jeden fall zu hause das weiß ich richtig dave? ja mann ist das nett geil das ist geil ne ja mann voll geil hätte ich auch 5 Uhr reinsteigen können oh oh jawoll ich habe es geparkt sogar im ersten anlauf nachdem ich die rampe bekommen habe aber ich bin letzter ne was? ich bin letzter ich habe gerade Ragele hast deinen spielstand schon gelöscht und habe geraucht und dies und das hartlein habe ich nicht nur battlefield 4 ok alter ja ist da kein problem dann zocken wir morgen 20 uhr battlefield 4 zusammen ist da kein problem irgendwie hartlein ist glaube ich jetzt im playstation store im angebot irgendwie hartlein ist im angebot hast du es gehört? ja für keine ahnung das ist auch vollstaat reduziert worden mir geht es auch mal da landen mir geht es auch mal da landen wenn du mich da durchziehen könntest bei Heißzeit den Rest kann ich ja halt weg einfach eine Leine nehmen durchziehen fertig richtig ach komm oh warum doch nicht gegen die Mauer ja wer ist da hinter mir? der Noob geh weg nein oh fuck jetzt habe ich mir selbst zu viel druck gemacht Noob mache Fehler irgendwie fliegt dann in ne ganz komisch runde ja so drehend ja man perfekt durchgekommen nein ich falle runter das spiel ist so hässlich glückwunsch 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 ja ja aber ich spiel es trotzdem auch ganz gerne zur frischenzeit nicht mal also von daher es geht schon aber jetzt brauchen wir einfach noch 2 Monate Ruhe nach der Spielliste von GTA ja von GTA oh ich brauche ganz viel Ruhe glaube ich schon in der Spielliste komm Henna du schaffst das ja ich dachte ihr hindert ey übrigens first try geschafft ne sehr gut nur dass du mal bescheid bist ja glückwunsch nicht mal letzter alter jr ist der beste jawohl 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 ich werd nicht letzter so viel ist schlechter als ich jackpot schon wie gewonnen jetzt ich geh offline tschüss 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 und musst du mir was sind denn die Spiele die du am meisten spielst fangen wir doch einfach mal so an hat sie minecraft weiß ich nicht hat sie noch nicht geschrieben gefällt mir ja sehr gut auf 10.000 auf sich alter aber das rin fand ich ganz gut das hat mir gefallen dem ersteller muss jetzt schreiben von wegen entity ohne das müsste ich bei so viel schreiben das ist deine aufgabe ist dazu bestimmt muss jetzt alle testen wo entity ohne steht können wir das jetzt bitte so machen dass wir dass du eigene fahrzeuge ausmacht jetzt spielen wir erst mal snipers versus ja mann ja geil ich will mal drei runden puffy extra für dich nur der bvb hat noch mal ein weil wir sind nur neun ladet auch noch mal ein leute sind die leute dazu beigetreten deswegen